Notfälle, egal ob medizinisch, finanziell, emotional oder familiär bedingt, können uns allen passieren. Oft sind wir in solchen Notfällen völlig überfordert, wissen nicht, wie wir uns verhalten sollen oder an wen wir uns wenden können. So geht es auch Stefan, der sich plötzlich um seine unerwartet pflegebedürftig gewordene Lebensgefährtin Melanie kümmern muss. Stefan und Melanie waren beide berufstätig und haben einen laufenden Kredit, sodass auch die finanzielle Situation ihm sehr große Sorgen bereitet. Auf der Plattform familie- und beruf.online findet Stefan nicht nur Informationen zu seinen Möglichkeiten und Tipps, sondern auch alle relevanten Notrufnummern und Kontakte zu Hilfsangeboten. Dank der Plattform konnten sich beide auf Notfälle vorbereiten und sind dadurch in solchen Momenten nicht mehr so unter Stress. Untertitelung des ZDF für funk, 2017